Auf die Karte schauen? Ich bin natürlich wieder ganz verkehrt gelaufen. Das war wieder klar. So, okay. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Okay, schon. Ich darf mich noch kaputt. Ah, Mann. Was ist denn jetzt lang, Mensch? Mann, ich möchte rennen können. Warum geht das nicht, Mensch? Wir gehen spazieren. Mann. Ich finde es natürlich extrem ärgerlich, gerade für Euch. Irgendwie schnarr ich jetzt gerade überhaupt nicht. Mach dir mal ein Telefon aus. Okay, ich hau mal in die falsche Richtung. Genau. Ach, und? Deutze doch auch. Wo geht's denn jetzt hier weiter, Mensch? Kann doch nicht wahr sein. Ich check's einfach nicht. Da ist falsch. Fällt noch aus. Mensch. Das weiß ich nicht. F senhor. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott Los! Rücken ab! Warum kriege ich das nicht in der Reihe her, Mensch? Kann doch nicht so schwer sein, würde ich zu missdenken. In Position! Okay, gehen wir mal hier lang. Was ist denn hier? Das ist glaube ich auch nichts. Genau, da geht er nur hier hoch. Und das ist auch die Zeichen, dass ich nach unten soll. Ich kann gerade dem Ganzen irgendwie nicht folgen. Gehackt haben, was? Gehackt haben, was? Ah, das sieht aber ganz gut aus. Ah, Fortschritt wird gespeichert. Augen auf, wir könnten Probleme kriegen. Da höre ich auch was. Schießende! Los, los, los! Setze mich in Bewegung! Aufs Eindringen vorbereiten! Aufstellung! Scheiß auf, Chris! Chris ist auf! Chris schickt immer seine Leute vor, wenn er nicht geht. Wir haben einen Weg! Okay, aber wenn er fragt, schick ihn zu mir. Er kriegt was zu hören. In Position! Ziel erfassen, erste Priorität. Er hat zweite Priorität. Mitvergnägen. Okay. Öffnen und säubern! Sehr schön. Das hat ja mal gut geklappt. Nachdem ich so lange jetzt rumgelaufen bin. So. 2-Camp, zur Sicherheit. Umgucken, nix da. In Position. Okay. Im Eilschritt. Roger. Auf rein. Aufstellung! Snakeham, das kennen wir jetzt ja schon. In Position. Schaltet ihn zuerst aus. Sir. Ziel erfassen, zweite Priorität. Roger. Öffnen und säubern. Okay. Spezialeinrichtung. Nein, pass auf! Sorry. Kann ja mal passieren. Moment mal. Habe ich gar nicht. Schalldämpfer. So gut wie erledigt. In Position. So. Da ist niemand zu sehen. Los. Bestätigt. Geht's nach oben. Na oben. Exit. Haben wir's wieder geschafft? In Position. Ja. Fortschrift wird gespeichert. Erstmal ausrüsten hier. Auswahl akzeptieren. Kurz und schmerzlos. So. Was haben wir eigentlich noch für eine Waffe? Was war das? Die Pistole. Oh, die. Schalldämpfer auf. Positiv. Wir haben ein Problem. Das hier wird auf WNN aus dem Inneren des Kalypso heraus übertragen. Mhm. Zeig mal. Der Wille der Regierung ist nur so stark wie der Wille des Volkes. Und der Wille des amerikanischen Volkes wird bald gebrochen sein. Wenn eure Polizei sich nicht innerhalb der nächsten halben Stunde aus dem Kalypso zurückzieht, könnt ihr noch mehr davon erwarten. Was getrunken. Ei, ei, ei. Aufreihen. Aufstellung. Oh, tatsächlich. Da lauert einer. Bewegung. Rücken ab. Nein. Er hat erste Priorität. Hoa. Spezialeinheiten. Nein. Komm! Yes. Ah, ich darf nicht. Nein. Oh, ich darf nicht erreden. Wie kann hier aussehen? Lande nach. Lande nachșaños. Die Drohung, ausgezeichnen. Ja, ich bin jetzt zuerst. Die Finger nicht um Abzug nehmen. Tagus hat reitet. Lande nach. Ja, hör. Wir werden. Da kommt man. Kleine. Okay. Magazin wechseln! Error! Die Hände noch? Lade nach! Lade nach! Spür! Unterspferdebeschuss! Lade nach! Wir haben sie! Error! Geist entdeckung! Verheiligungsstellung! Los! 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 In Position! Niemand zu sehen hier. Bewegung! Gut! Alles roger! Den Polizisten verloren! Uh! Da war ich! Ein bisschen arg blöd, würde ich sagen. Aber naja. Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich ja mehrere Leben. Hinter dir! Dann spielt das ja keine Rolle. Zumindest in dem Level jetzt. Ja. Nichts! Ja. Nein! Sie sind aufgeklärt.